Wir nehmen stumme Schlaganfälle deshalb so ernst, weil wir genau wissen, da gibt es mittlerweile sehr gute Daten dazu durch Studien, dass hiermit ein Risikofaktor für weitere Schlaganfälle in der Zukunft, die dann eben nicht unbedingt mehr stumm verlaufen, vorhanden ist. Und stumme Schlaganfälle verdoppeln oder mehr als verdoppeln das Risiko, einen nächsten Schlaganfall zu erleiden. Beim klassischen Schlaganfall treten Sehstörungen, Sprachstörungen, Lähmungen, Taubheitsgefühl, Schwindel oder Gangstörungen und Kopfschmerzen als häufigste Symptome auf. Sie sind deutlich zu bemerken. Solche Schlaganfälle mit direkten, starken Ausfällen finden meist in diesen Hirnarealen statt. Sie sind beispielsweise zuständig für Sprache und Bewegung. Sind allerdings diese Bereiche des Gehirns betroffen, werden die Schäden von dem Patienten häufig nicht bemerkt. Ein stummer Schlaganfall. Zudem entscheidet die Größe des Schlaganfalls. Ist nur eine kleine Region betroffen, werden die Symptome teils kompensiert oder bleiben unbemerkt.